Nächste Runde. Ja, aber fuck. Letzten Spielen liebst du ein bisschen besser. Ja. Nicht zwar nicht immer ergebnistechnisch, aber ja. Ach so, der kommt dann nicht mehr. Können wir mit? Abhin. Ach, geh mir denn auf den Sack? Leider stehe ich im Tor und wird rausgehauen von denen. Ach, hau doch ab von mir jetzt endlich mal. Vorsicht, Kev. Ich weiß, ich hab gesehen. Der geht aber auch in der Mitte vorbei. Schön. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Das sind alles nur Ramböcke, Alter. Guck dir das mal an. Der eine von denen wollte schon wieder auch für mich gehen jetzt gerade, aber das hat er doch relativ schnell gelassen. Kevin? Hm? Da mein Name sensiert wird, ist eigentlich eine Diskriminierung, ne? Wieso? Wieso? Mit 6,6 am Ende. Finde ich. Keine Ahnung. Was können die Armen zahlen denn dafür? Ja, war schön nach vorne. Einer in die Mitte nur rein. Schade. Wie können wir den irgendwie noch da rein? Schade. Schön. Geh weg. Schade, da hat der gut rausgeholt. Na, der wird wahrscheinlich, ja, sich wegdrehen. Schade. Achtung, da kommt er in die Mitte. Oh, abgedreht, ich bin. Oh, ey. Ey, Mann! Du wirst so weit rausgehauen, dass du zum gegnerischen Tor fliegst. Schade. Egal, es war eigentlich kein Tor mehr zu fallen. Oder zumindest... Hartzhaft. Der fällt vor denen, fast so. Schade. Schön aufgepasst. Ich bin Bankdrücker, ich hab sieben Ball-Berührung gehabt, aber ich war nur ein Tor. Klasse 9 bin ich im Rohr geklaut. Okay. Und ich hab mein Kasten leer gehalten da hinten. Ich hab das aber gehalten. Sollte alle rausgehören oder was? Nö. 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 Weil ich meine durchgesichtliche Anzeige zeigt. Baby ist reserviert. Baby ist reserviert. Na, sie fehlt, man. Fehlt noch. Jetzt bist du weg bei uns. Ja. Ja, ja. Ist rausgeflogen, ja? Ja, Verbindung. Na, warte, dann gehen wir nochmal ins Venue. Das Spiel kommt nicht. Es mögt dich. Das Spiel mögt dich. So, alle da? Erziele eine Abwehr und gewinnen im selben Online-Spiel. Ich hab hier mal eine Torfende Parade bekommen und... Was kann man eigentlich immer mit diesen Entwürfen machen? Ich weiß es nicht. Eigentlich hab ich alles gemacht. Ich hab halt so eine Abwehr. Ach so, da brauch ich praktisch die... Gewinnen im selben Online-Spiel. Ich hab eben doch die Parade gehabt und wir haben gewonnen. 1-0. Ah, okay, gut. Also, können wir? Mhm. Naja, Baby auch da? Ja. Jetzt dann. Mit einemияmen? DIN, 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 DIN , DIN... DIN, 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 DIN... Lass den jetztern, wie genau da. das hat irgendwas von jugensportplatz wo abends noch trainiert wird einer von denen ist geflogen kommt da noch eine angeschossen noch einer raus oder damit das war parade nummer 6 von mir 7 muss ja 10 paraden machen oder so morgens der war knapp ich glaube ich war noch ein bisschen dran einer noch online ja die gehen jetzt irgendwie alle wechsel jetzt ok nein nehme ich mir noch mit aber den ball habe ich nicht erwischt da kann ich nichts machen da kann ich nicht mehr machen scheiße zu hoch noch einer verbindung verloren bei dem ja der servers macht aber auch ein bisschen zicken gerade zeig mich doch am asche ich glaube ich war noch dran retten die den noch alter ich habe gesehen ich habe die hat schon zum jubeln oben ich hatte mir ja wohl die dritte ist drin aber der perla ja 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 ich muss zwar dreimal ansetzen aber nein haben sie so gerettet wir haben sie kommt auf der linie noch mit gerettet schön gemacht baby nach vorne gelegt ja ja ich gehe daher immer ein bisschen zu fest er war zu weit ja ja ich hab den ich musste aber ich wusste zu dir zu dir zu dir ja ja ich war weggefahren wir nehmen wir noch mit wachtung jetzt geben wir das ding noch das ist sorry Ah! ich habe es gesehen und ich bin doch ein gesprungen wie wir auch drücken gewesen in den orbit unter der decke ich habe den ball gar nicht kommen sehen dass ich den abgewährt war da was